Manchmal selber besteht aus Schienen, Schienen in Ungewissheit. Schienen waren ja auch vor dem Konzentrationslager bis hinein in Konzentrationslager unter dem Motto Arbeit macht Freiheit, ein Laust, ein Tod. Damit sind sie mit Zügen ja auch angekommen. Und ich fand es von dem Künstler gut gemacht, denn die Namen von allen, auch von den Säuglingen, kleinen Kindern, von älteren Menschen, von Jugendlichen nicht eingraviert, sondern man sieht es durch, wie nennt man das, durchlöchert. Und wenn die Sonne scheint, dann sieht man Namen von unseren Familien doppelt. Es soll ewig Erinnerung sein an die unschuldig getöteten Menschen.